Kaurupara-Svanasana ist der Hund auf Ellbogen, auch genannt Adho Mukha Makarasana. Von dem Vierfüßlerstand ausgehend, gib die Ellbogen auf den Boden und strecke die Beine aus, hebe das Gesäß nach oben. Dabei drücke den Brustkorb nach unten und du kannst entweder den Kopf etwas hängen lassen, dann landest du aber meistens mit dem Kopf auf dem Boden, weshalb du typischerweise den Kopf hebst und Richtung Finger schaust. Das ist also Kaurupara-Svanasana, eine schöne Übung für die Schulterflexibilität.